Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Vokiliskenjagd anzunehmen bei Marek Ironheart im Loch Modan, an dieser Position. Ich befinde mich hier im Gebäude, aber ich muss sowieso hinauslaufen, da seht ihr auch den Eingangsbereich dazu. Jetzt noch Quest beobachten. Man soll fünf Vokilisken Fleisch besorgen und sechs Vokilisken heute. Na gut, dann mache ich das. Hier sieht man den Eingang zu diesem Gebäude. Ich begebe mich nun ins Questgebiet und sobald ich da angekommen bin, werde ich mich wieder bei euch melden. Bis gleich. Da bin ich auch schon im Questgebiet und hier sind diese Loch Vokilisken. Die darf man für diese Quest töten. Hier war auch die Map, also einfach von diesem Gebäude hier runterlaufen. Hier war an der Küste und um diese Insel, soweit mir bekannt. Falls euch dieses Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren. Und wie ihr gesehen habt, in dem Mob waren gleich zwei Quest Items auf einmal drin. Das ist soweit mir bekannt nicht immer so. Mal schauen, was dieser Mob droppt. Der hatte nur eine Haut dabei. Habe mittlerweile auch eine Facebook-Seite. Da poste ich das Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie auch immer. Ist mir aber nicht so wichtig wie der YouTube-Kanal. So, der Mob hatte nichts dabei. Ich werde nun weiter sammeln und dann werde ich mich wieder bei euch melden beim Abgabe-NPC. Bis gleich. Gleich bin ich beim Abgabe-NPC. Ich laufe hier hoch. Also auf dieser Insel gab es ziemlich viele Krokulisten. Vorausgesetzt, dass ein anderer Spieler vor euch nicht schon welche getötet hat. Aber dort fand ich die Mobs ziemlich gut. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben, bei Marek Eivernhardt. Im Loch Modan. An dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Ah, it´s ok. Und da und da. Und da. Und da. Vielen Dank.